Ein Kind soll auf die Welt kommen. Die Mutter vertraut Ärzten und Hebammen. Doch immer häufiger wird die Geburt als Übergriff erlebt. Das hatte mit dem, was ich eigentlich mir so für meine Geburt gewünscht hatte, nichts mehr zu tun. Wenn die Geburt als demütigende Prozedur empfunden wird, hat das Folgen. Für die Mutter und für das Baby. Der Kontakt zu meinem Kind brach innerlich für mich ab. Ich hatte das Gefühl, ich ertrinke, ich ersticke, ich werde von der Flutwelle erschlagen. Ich war eigentlich nur noch in Dunkelheit. Frauen sind während der Entbindung wehrlos. Was passiert, wenn Ärzte und Hebammen als Bedrohung wahrgenommen werden? Dieser Moment von Gewalteinwirkung von außen und einfach, dass mir auch nicht erklärt wurde, was da gerade passiert war. Der Geburtsschmerz vergeht. Der Schmerz des Ausgeliefertseins nicht. Wie kann die Geburt des eigenen Kindes zum Trauma werden? Aus mir als Gefäß muss da ein Kind rausgeholt werden, egal wie. Und mich, ja, ich war nicht da. Fast keine Entbindung läuft heute mehr ohne Eingriffe ab. Wehentropf, Dauerüberwachung, Rückenmarksnarkose, Kaiserschnitt. Für Mutter und Kind oft mit dramatischen Folgen. Experten sprechen von einer Interventionskaskade. Die Weltgesundheitsorganisation postuliert gravierende Verletzungen der Menschenrechte in geburtshilflichen Einrichtungen. Dass Gewalt immer so dargestellt wird, als wäre das eine subjektive Empfindlichkeit der Frau. Und ich glaube, man kann da ganz klar sagen, das ist es nicht. Die 40-jährige Ärztin Katrin Domke war kerngesund, als sie in den Kreißsaal kam. Ein Jahr später ist sie arbeitsunfähig, aufgrund traumatischer Erlebnisse während der Geburt ihres Sohnes. Sie beschuldigt die Klinik der Körperverletzung, der Vergewaltigung, invasiver Eingriffe und der Verabreichung von Medikamenten ohne ihre Zustimmung. Ärzte und Hebammen genießen hohes Ansehen. Sie anzugreifen, ist ein unangetastetes Tabu. Offizielle Statistiken über Gewalterfahrungen von Frauen während der Entbindung fehlen. Die Organisation Right of Childbirth schätzt, fast die Hälfte aller Frauen sind weltweit betroffen. Wir sind in einer Riesengrauzone, wenn wir im Rahmen der Geburtshilfe von Gewalt sprechen. Wenn jemand gegen seinen Willen, ohne Aufklärung, ohne Einverständnis, körperlich oder seelisch verletzt wird, ist das für mich Gewalt. Fruchtblasen werden eröffnet, ohne den Frauen zu sagen. Danach folgt vielleicht ein Wehensturm. Wehentröpfe werden angehangen, damit die Geburt schneller geht. Man wirft sich auf den Bauch und macht einen Kristallerhandgriff, damit das Kind schneller geboren wird, und weil die Herzhöhne vielleicht schlecht sind, weil wir vorher viel zu viele Interventionen gemacht haben. Vor der Geburt ihres Sohnes arbeitete Katrin Dumke als plastische Chirurgin und lebte in einer glücklichen Partnerschaft. Als sie schwanger wird, entscheidet sie sich für eine kliniküberwachte Geburt in einem Krankenhaus, welches damit wirbt, möglichst ohne Interventionen vorzugehen. Sie bringt zwar ein gesundes Kind zur Welt, Doch diese erste Geburt erlebt sie als so verstörend, dass sie seitdem kein Krankenhaus mehr betreten und damit nicht mehr als Chirurgin im OP arbeiten kann. 19. Februar 2016. Katrin Dumke fährt mit ihrem Partner ins Krankenhaus. Im Geburtsbericht steht, Vorstellung im Kreißsaalbereich um 2.15 Uhr. Katrin hat eine Liste dabei, darüber, wie sie sich die Geburt vorstellt. Ich wurde auf die Privatstation geschickt ins Zimmer und habe dann dort praktisch mit meinem Partner, mit Matthias, dem Vater des Kindes, die Wehen verarbeitet. Und wir sind durchs Zimmer getanzt zu zweit. Wir haben uns im Gang bewegt. Wir haben das ganze Krankenhaus abgelaufen. Katrin Dumke kommt mit den Wehen gut zurecht. Die kommen jetzt immer häufiger und die Hebamme fordert sie auf, sich zu setzen, um das CTG anzuschließen. Kardiotokograph. Ein Messgerät, das die Herzschlagfrequenz des Kindes und die Wehen der Mutter aufzeichnet. Ich hatte heftigste Wehen, ich konnte eigentlich kaum mehr stehen. Also man hat richtig gemerkt, da geht was und es geht rasant weiter. Sie hat dann den Muttermund getastet und war extrem überrascht. Also es war ja ein Zeitraum von circa 20 Minuten zum letzten Mal. Oh, schon 8,5 Zentimeter und ach du meine Güte und jetzt ist auch noch die Fruchtblase geplatzt. Und sie sagte dann 10 Minuten später, wenn das so weitergeht, ist der hier in einer Stunde, anderthalb Stunden da. Kathrins Wehen kommen in immer kürzeren Abständen. Sie wird erneut ans CTG angeschlossen und muss liegen. Die Wehen sind so schwer auszuhalten. Sie bittet die Hebamme um Buscopan. Das ist ein sehr leichtes Schmerzmittel, da kannte ich die Wirkung von morgens. Da wusste ich, das nimmt mir die Schmerzen nicht, aber es nimmt mal so diese Spitzen, die im Liegen sehr unangenehm sind. Und sie drehte sich auf dem Weg nach hinten, als sie das dann abgesegnet hat, um und sagte, ich kann auch Meptid spritzen. Meptazinol. Ein Opioid-Analgetikum zur Behandlung des Wehenschmerzes. Das Medikament geht in die Blutbahn des Kindes. Ich überlegte einen Moment, weil ich mir mit dem Präparat nicht 100% sicher war in dieser Sekunde, wusste aber, es muss ja was deutlich Stärkeres sein, und sagte, nee, ja, wollen Sie nicht? Und ich sagte, nein, brauche ich nicht, also will ich nicht. Dann drehte sie um, ging an den Tresen und zog das Buscopan auf in eine Infusion und kam ans Bett zurück und hängte es mir an. Und ich war damit eigentlich erst mal zufrieden. Und das lief und keine fünf bis zehn Minuten später kam sie auf das Bett zugerannt und sagte, so, das Buscopan hat jetzt die Wehen gehemmt und wir brauchen mehr Druck und wir wollen ja nicht bis 3, 24 Uhr hier im Kreißsaal sein und sie hängt jetzt einen Wehentropf an. Katrin Domke fühlt sich völlig überfahren. Für sie ist keine Wehenhemmung erkennbar. Als Ärztin weiß sie, Buscopan hat keine wehenhemmende Wirkung. Der Traum von einer Geburt ohne Eingriffe scheint in diesem Moment vorbei. Katrin wollte eine natürliche Geburt. Drei Wochen vor ihrem Termin ist sie die Punkte mit der Hebamme durchgegangen und wurde gebeten, die Liste erst bei der Geburt abzugeben. Sie folgt dieser Aufforderung. Sie wünscht keine intensive Dauerüberwachung, eine Rückenmarksnarkose nur bei absolutem Bedarf und Rücksprache bezüglich aller medikamentösen Maßnahmen. Wir sprechen ja eigentlich über Geburtshilfe. Und Geburtshilfe heißt ja, die Frau ist selbstbestimmt und kann sich in ihrem Körper und ihrer Umgebung wohlfühlen. Jetzt sind wir aber in der Klinik irgendwie übergegangen, so ganz schleichend, ohne dass sich großartig jemand beschwert hat, zu Geburtsmedizin. Geburtsmedizin bedeutet, wir haben zwar alle Geräte schön versteckt, hinter tollen Schränken und mit viel Farbe versteckt, aber sie muss trotzdem eventuell am Dauer-CTG liegen, also an Kabeln. Sie hat eventuell trotzdem einen Wehentropf und ist gefesselt. Das sind Dinge, die wir uns hinterfragen müssen, ob sie sinnvoll für die Geburt sind. Ludwig Janus ist Psychotherapeut und Experte für pränatale Psychologie. Seine These, die Geburt ist eine prägende Grunderfahrung, immens wichtig für die Bindung von Mutter und Kind. Deshalb warnt er seit Jahren vor den Folgen der technisierten Geburt. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit und auch die Ärzte über die seelische Dimension von Schwangerschaft und Geburt und die Bedeutsamkeit von Beziehungen nicht so orientiert sind, wie sie es sein sollten. Und dass darum die Geburtshilfe, gerade durch die Erfolge der Medizin, sehr technisch und instrumentell orientiert war und auf die Beziehungsbedürfnisse der Frau und aber auch des Kindes nicht Rücksicht genommen haben. Und dass darum diese medizinisch-technischen Maßnahmen wie Gewalt erlebt werden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, Geburten sollen nicht beschleunigt werden. Man müsse Frauen mit einbeziehen. Sie haben das Recht auf eine würdevolle und wertschätzende Geburt. Laut Hebermann-Verband laufen nur noch 10% aller Geburten in Deutschland ohne Interventionen ab. Die WHO kritisiert diesen Trend und formuliert im Februar 2018 56 neue Richtlinien. Bemängelt wird der Einsatz von Wehenmitteln zur Beschleunigung der Geburt. Außerdem der zu häufige und kontinuierliche Einsatz des CTG. Der Wehenschreiber werde oft falsch gedeutet und Geburtseinleitungen und operative Entbindungen nehmen dadurch zu. Das Schlimme an dem CTG ist, dass es uns erstens überhaupt nur in den Geburtsphasen hilfreich ist und extrem viele Frauen aber ohne Risiken relativ früh vor der Geburt schon CTG-Kontrollen bekommen und dadurch Pathologie entsteht. Man macht der Frau Angst, man interveniert eventuell, obwohl eigentlich keine Basis dafür da ist. Wissenschaftlich völlig eindeutig, wird trotzdem ganz viel gemacht. Vielleicht wird das gar nicht reflektiert, wie gewisse Sachen bei Frauen ankommen. Vielleicht spielt das auch einfach keine Rolle. Man entbindet die Frau jetzt und man holt jetzt dieses Kind. Auch die damals 25-jährige Christine Eigenbrot schildert traumatische Erlebnisse im Kreißsaal. Sie beschreibt brutale Penetrationen, grobe Eröffnung der Fruchtblase. Das Auslösen von Todesangst durch stundenlanges Alleingelassensein bei starken Wehen. Praktiken, die sie öffentlich anprangert. Es hat lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was mir da eigentlich passiert ist. Ich meine, ich wusste natürlich, dass die Geburt schlimm war und dass da irgendwas, irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist. Aber es hat lange gedauert, bis ich es wirklich so im Ganzen aussprechen konnte und auch im Ganzen reflektieren konnte. Christines Kind hat sich in ihrem Becken verkeilt. Die Ärzte ordnen Kaiserschnitt an, aber alle Hebammen sind ausgelastet. Man lässt Christine Eigenbrot zwei Stunden alleine im Zimmer warten. Sie hat Wehen im Minutentakt, ist an den CTG-Gurt gefesselt und gezwungen, auf dem Rücken auszuhalten. Eine Stunde wartet sie vergeblich auf Wehenhämmer, auf Schmerzmittel. Nach der Geburt hätte sie sich gefühlt wie abgetrennt von der Welt. Sie beschreibt die Entbindung als traumatisch und beschuldigt die Klinik, daran ursächlich beteiligt zu sein. Strafanzeige gegen das Krankenhaus stellt sie nicht. Gewalt unter der Geburt sei kein Randproblem, so die erfahrene Hebamme Anja Lehnerz. Sie berichtet von Grenzüberschreitungen, an denen auch sie beteiligt war. Einige Geburten belasten bis heute ihr Gewissen. Fruchtblasen eröffnen, sich auf den Bauch legen, um den Vorgang zu beschleunigen, auch sie hat das getan. Unnötige Interventionen, die dem Zeitdruck geschuldet sind. Die natürliche Geburt sei Opfer ökonomischen Denkens geworden. Ein schlechtes Gewissen habe ich definitiv. Es sind Geburten, die bei mir noch jetzt nach Jahren einfach hängenbleiben. Gerade in meiner Anfangszeit, wo ich selber noch nicht wusste, wo ist mein Weg, wie will ich wo lang gehen, habe ich viele Frauen meiner Meinung nach nicht geschützt, obwohl ich sie hätte schützen können. Jetzt sind es halt einfach Situationen, wo ich die Frau versuche vorzubereiten. Ich muss abwägen, was ist für die Frau jetzt traumatisierender, wenn ich sie aufkläre über das, was jetzt alles hier gleich passieren wird. Oder wenn ich sie einfach nur da liegen lasse und sie muss über sich ja gehen lassen, ist natürlich nie ein guter Weg. Aber dieses Wissen, ich bin Täter, ist einfach da. Aber ich bin als Hebamme manchmal genauso Opfer. Druck machen, keine Zeit lassen, die Geburt beschleunigen. Auch sie war Teil davon. Sie kritisiert aber zunehmend strukturelle Gewalt im Kreißsaal. Sie will aussteigen aus der Routine und schreibt einen Artikel, der sie fast ihren Job kostet. Sie landet auf einer schwarzen Liste und gilt seitdem als Nestbeschmutzerin. Dieser Zeitungsartikel war sehr gut, fachlich, sachlich, richtig geschrieben. Natürlich auch sehr hart. Also die Überschrift hieß Folterkammer statt Babyglück. Und die Reaktion, die ich da draufhin erhalten habe aus meinem beruflichen Umfeld, waren menschlich für mich echt schwer aushaltbar. Die Belegärzte verbieten ihr die Behandlung von Schwangeren. Über den Betriebsrat erzwingt Anja Lenerts Gespräche mit den Ärztevertretern. Also diese Fochte-Reaktion war persönlich, also denunzieren, es wurde einfach gesagt, das ist eine Selbstdarstellung, die ich habe, das ist ja alles gar nicht wahr, das sind einzelne Frauen. Dann kam irgendwann so die Wut, wie können Sie behaupten, dass ich Folterknecht bin, bis hin einfach zu beruflichen Einschränkungen, das ganz klar gesagt wurde, meine Frauen betreuen Sie als Hebamme nicht mehr. Und mit dieser Reaktion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Entlassen kann man sie aber nicht. Die Kreissäle sind voll, Hebammen arbeiten am Limit. Freiberuflich und außerhalb des Krankenhauses bemüht sich Anja Lenerts um Aufklärung. Die werdenden Mütter und Väter sollen wissen, was sie im Kreißsaal erwartet, was im Notfall auf sie zukommen kann. Vorbereitet sein, statt Schönmalerei. Ihr klingelt und erwartet, ich komme, wir kriegen unser Kind und jetzt kümmert sich alles um uns, müsst ihr leider wirklich ad acta legen. Wenn ihr also mit euren Frauen in die Klinik kommt, kann es sein, dass da die Hölle los ist. Kann halt sein, dass ihr im Kreißsaal ganz lange mit eurer wehenden Frau alleine seid. Auch das ist heutzutage normal, weil wir eben nach den fünf anderen Frauen auch noch gucken müssen. Das ist mir wirklich ganz wichtig zu sagen, weil die Geburtshilfe nicht mehr die ist, die sie vor Jahren noch war. Und wir entwickeln uns in eine ganz ungute Richtung gerade für euch werdenden Eltern. Eigentlich seien Hebammen für eine Eins-zu-eins-Betreuung ausgebildet worden. Im Moment betreue eine Hebamme manchmal sogar bis zu sechs Frauen. Die Kliniken seien nicht bereit aufzuklären. Stattdessen gäbe es nette Infoabende, die die wahre Situation verschleiern würden. Die Infoabende in den Kliniken ist natürlich ganz klar eine Marketingveranstaltung. Also da wird ja keiner sagen, wir sind überbelastet, wir haben keine Zeit für sie. Es gibt kein Familienzimmer. Natürlich präsentieren wir uns gut, denn wir müssen um jede Geburt auf der anderen Seite kämpfen. Infoabend im St. Josef Krankenhaus Berlin. Mit 4000 Geburten jährlich eine der geburtenstärksten Kliniken Deutschlands. Klinikleiter Michael Abu Dagen ist einer der wenigen Geburtsmediziner, der einräumt, die Branche stecke in der Krise. Und ein weltweites Umdenken sei unausweichlich. Das Publikum bleibt auch hier zunächst von dieser Tatsache verschont. Es vertraut auf die Selbstverständlichkeit kompetenter Behandlung im Kreißsaal. Ich bin zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung und das sind wirklich nur die Basics, die mich interessieren. Also mal ein bisschen die Atmosphäre kennenlernen und reinschnuppern. Über mögliche Gewalt wird an diesem Abend nicht gesprochen. Niemand will diese Übergriffe, die in Zeiten von Hebammenmangel aber zunehmen. Und der hat sich herumgesprochen. Ich glaube, damit kommt keine Frau klar. Und gerade beim ersten Kind, wenn alles neu ist und man überhaupt noch gar keine Erfahrung hat, kann das schon sehr schwierig sein, wenn man dann eben nicht rund um die Uhr betreut wird. Hebammenmangel sei ein Problem für alle Kliniken, so Abu Dagen. Entscheidend für den Umgang mit Gebärenden aber seien auch einstudierte Abläufe und der Einsatz von Technik im Kreißsaal. Ärzte müssten kritischer werden, mehr abwägen darüber, wo Überwachung und Intervention wirklich sinnvoll sind. Ich glaube schon, dass uns bewusster und immer bewusster wird, wie in der Geburtshilfe es ganz wesentlich ist, dass Personal Zeit hat, dass es eine Medizin ist, die mit Zeit nehmen was zu tun hat. Und dass da die Ökonomisierungen, die eben mit dem DRG-System zusammenhängen, einfach keine gute Abbildung darstellen. DRG, das ist das pauschalisierte Abrechnungsverfahren. Ein fester Satz für eine bestimmte Diagnose. Festpreis statt Bezahlung des eigentlichen Aufwands der Klinik. Eine durchschnittliche Geburt, so beim ersten Kind, sagt man zwischen 12 und 15 Stunden. Und da fängt schon so ein bisschen die Krux an, denn der DRG-Punkt, also die Abrechnungspauschale für die Geburt, besagt genau 5 Stunden plus 2 Stunden Nachbereitung. Also eigentlich ist in jeder Geburt ein Minus für das Krankenhaus schon inklusive. Geburtshilfe ist ein Verlustgeschäft. Eine normale Geburt zu begleiten, bringt dem Krankenhaus, je nach Bundesland, ca. 1700 Euro. Eine Blinddarmentfernung, die in aller Regel in einer Stunde gemacht ist, um die 1900 Euro. Der eigentliche Aufwand bleibt finanziell unberücksichtigt. Der größte Fehler im System sei, so Alexandra Bruns von Geburt e.V., dass in der Geburtshilfe nur die aktiven Leistungen bezahlt werden. Die beruhigende Begleitung einer erfahrenen Hebamme aber nicht, denn im System der Fallpauschalen ist die eine Minusrechnung. So trifft der Faktor der Unterfinanzierung auf den Faktor Zeit mit schwerwiegenden Folgen. Dieser Faktor Zeit, jetzt habe ich mit mal einer Hebamme, die 4 oder 5 Frauen unter der Geburt betreut. Mit der Dokumentation, die sie zu leisten hat, sind es vielleicht noch irgendwie 7 bis 10 Minuten in einer Stunde, die sie pro Frau Zeit hat, diese zu betreuen. Und dann kommt es einfach dazu, dass hier ein Mangel herrscht. Und dann kommt es dadurch eben auch zu Gewalt. Januar 2016. Katrin Domke ist laut Geburtsbericht nun ca. 1 h und 15 min im Kreißsaal. Sie hat starke Wehen und die Kontrolle über die Medikamentenangebote der Hebamme verloren. Buscoupan hat keine wehenhemmende Wirkung, weiß Katrin als Ärztin. Trotzdem habe die Hebamme das behauptet und deshalb den Wehentropf angehängt. Sie ging dann nach hinten und machte den Perfusor fertig mit der Lösung und kam ans Bett zurück und ich hatte da immer noch nicht Zeit, mich zu sortieren, weil es doch relativ schnell war. Oder irgendwann fragte ich sie dann, ja, ist das Oxytocin? Oxytocin. Wehentropf, der bei Wehenschwäche zum Einsatz kommt, um die Geburt voranzutreiben. Es gibt ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Frauen längerfristig unter der Geburt hochdosiert dieses synthetische Oxytocin bekommen haben, dass die Kinder später Aufmerksamkeitsstörungen haben. Üblicherweise, wenn das Kind nach der Geburt zur Mutter auf den Bauch kuscheln kommt, nimmt das halt relativ schnell Blickkontakt auf. So kann man schon so eine gewisse Emotionalität auch feststellen. Und es kann gut sein, dass Oxytocin, weil das das gleiche Hormon ja ist, was sozusagen die Emotionalität begleitet, wenn das vorher hochdosiert gegeben wurde, da eben entsprechende Veränderungen bewirkt. Anhängen des Wehentropfes um 16.15 Uhr. So dokumentiert im Geburtsbericht. Ich machte den Mund auf und wollte da eigentlich schon sagen, Moment mal, also hatte ich ja auch in der Vorbesprechung gesagt, Einleitung kam für mich schon nicht in Frage medikamentös und ich habe Wehen. Und im Prinzip wirkte sie mich ab, während sie es anstellte und sagte, der Oberarzt hat es telefonisch abgesegnet, wir fangen mit der geringsten Dosis an. Dadurch ist alle Frauen, die in den Kreißsaal betreten, diesen Zugang bekommen, ist jederzeit völlig willkürlich quasi dann möglich, dem Personal zu sagen, ach, jetzt sind wir der Meinung, wir müssen was tun und dann wird der Tropf rangehangen. Also da ist die Routine fördernd, was spätere Übergriffigkeit angeben kann. Jetzt behaupte nicht, dass jede Frau, die einen Wehentropf bekommt, Gewalt erfährt, aber dass eben dieses Nicht-Akzeptieren, dass der andere auf Augenhöhe mitbekommt, das zum Teil unklare der Indikationsstellung, das Nicht-Überprüfte, weil man es tradiert, jahrzehntelang macht, das ist, was ich in der Geburtshilfe gerne ändern möchte. Die Dauer einer vaginalen Geburt ist ungewiss und deshalb nicht kalkulierbar. Trotzdem wird sie pauschal entlohnt. Die Folge, je schneller das Kind kommt, desto weniger muss die Klinik draufzahlen. Was jetzt passiert ist, dass die Kliniken sich diese Kalkulation genau nehmen und dann sehen sie, an welchem Ort welche Kraft für welchen Fall wie viel Geld im Durchschnitt gekostet hat. Und da versucht man natürlich immer drunter zu bleiben, weil ansonsten macht man Verluste. Man kriegt ja nicht mehr bezahlt als das. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Geld da verdienen muss, weil man damit andere Sachen investieren will oder weil man vielleicht auch Gewinne machen will, die Träger gibt es ja auch, die gerne Gewinne machen wollen, dann muss ich da immer konsequent unter diesem kalkulierenden Durchschnitt drunter bleiben. Und genau das bestimmt mein Personalschlüssel. Für Hebammen gibt es keinen verbindlichen Personalschlüssel. Wie viele Frauen sie gleichzeitig betreuen dürfen, ist nicht definiert. Trotz Babyboom. Dass dieses einseitige Rechnen, was kostet meine Technik, Ausrüstung und Geburtshilfe, eine ganz einseitige Rechnung ist, wenn man das gegen die Langzeitfolgen jetzt einer sehr schwierigen Geburt für das Kind oder für Mutter, dann braucht die Mutter möglicherweise eine Psychoterapie oder sie hat eine Arbeitsunfähigkeit und das Kind landet später in einer psychosomatischen Klinik, wo Riesenkosten entstehen. Also insofern ist diese Art Klinikskostenberechnung ganz einseitig und verderblich eigentlich. Was Katrin Domke jetzt schildert, ist im Geburtsbericht nicht dokumentiert. Sie ließ mich dann da liegen und ging nach hinten. Das sah ich so aus dem Augenwinkel und nahm eine Ampulle aus dem Schrank, brach oder drehte sie auf, zog eine Spritze auf, kam mit den Worten vor sich hin murmelnd, ich gebe das jetzt doch relativ leise. Also man konnte es nur hören, wenn man es hören wollte. Katrin vermutet, dass es sich dabei um Meptid handelte. Eine opiatähnliche Substanz, die sie vorher ausdrücklich abgelehnt hatte. Ich packte meinen Arm, machte den Zugang auf, den ich liegen hatte und setzte die Spritze auf, drückte drei Milliliter etwa rein und sagte, das macht das alles etwas weicher, ich gebe das auch ganz langsam, ich spritze das auch ganz langsam. Und das war für mich die nächste Attacke. Man ist wirklich volltrunken, also man steht ja unter Opiatwirkung. Katrin glaubt, in diesem Moment Opfer einer bewussten Geburtsbeschleunigung geworden zu sein. In meinen Augen wusste sie sehr klar, der Venentropf ist nicht wirklich indiziert, weil Venen da sind, der ist nur zur Beschleunigung gedacht, es gab keinen medizinischen Grund dafür. Wobei ich mich heute noch frage, ich frage mich das tatsächlich, warum bei neun Zentimetern Muttermund und der Aussage von dieser Person vorher, er sei in einer, anderthalb Stunden da, warum das dann notwendig war. Also warum die Stunde zu wenig war. Es waren an diesem Tag wohl sechs Geburten und ich war die schnellste. Wir bitten die Klinik um Stellungnahme zu den einzelnen Anschuldigungen Katrin Domkes und erhalten eine Antwort. Zu einzelnen Patientenbehandlungen geben wir Rundfunk und Fernsehen gegenüber keine Stellungnahme ab. Jede Mutter will, dass ihr Kind gesund auf die Welt kommt. Aber Mitbestimmung darüber, wie das geschieht, ist für Katrin Domke ein Grundrecht. Wenn eine Frau sich nicht in ihrem eigenen Autonomie befindet, also selbstbestimmt mit ihrem Kind gemeinsam entscheidet, was passiert wann, dann muss man jedes Mal sehr genau erklären, und ich finde, das ist wirklich eine Verpflichtung von uns, warum wir intervenieren. Das ist ja in Deutschland sehr klar geregelt, dass sie als Arzt, Ärztin eigentlich überhaupt nicht handeln dürfen, nicht eigentlich überhaupt nicht, sondern überhaupt nicht handeln dürfen, wenn der andere nicht einverstanden ist. Es sei denn, sie müssen tatsächlich eine akute Gefährdung für Mutter oder Kind postulieren. Wir, so war damals meine Ausbildung, sind so groß geworden, je mehr du tust, je mehr du der Frau die Beine an die Ohren drückst, je mehr du den Befehl gibst, drück auf die Brust, je mehr du sie anpulst und sagst, drücken, 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 umso besser wird dieses Kind geboren. Also mit diesem Gefühl wird man losgelassen auf die Menschheit. Und dann macht man es so, also unwissend. Also ich bin so groß geworden, das ist so. Während Katrin Domke beschreibt, sie hätte Medikamente ohne ihren ausdrücklichen Willen bekommen, lautet Christine Eigenbrots Vorwurf, unter starken Wehen alleingelassen worden zu sein, vorbereitet für den Kaiserschnitt. Dann lag ich da auf dem Bett, mit dem CTG umgeschnallt, Haube auf, bereit für ein OP. Und dann ging eigentlich so der schlimmste Teil erst los. Weil circa zehn Minuten später kam die Hebamme rein und hat gesagt, ja, jetzt ist hier gerade noch parallel eine andere Geburt reingekommen, du musst jetzt leider warten. Ich lag da und habe gemerkt, wie ich langsam so wegdrifte. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war, bis zu dem Zeitpunkt lag ich schon eine Stunde mit einminütigen Wehen auf dem Rücken. In der Nacht wurden sechs Kinder geboren. Und ich stand dann auf dem Abstellgleis. Panik. Psychische Notfallreaktion, wie man sie auch von Vergewaltigungsopfern kennt. Ärzte und Hebammen werden in solchen Fällen oft als Täter angesehen. Als übergriffig wird erlebt, was ohne Einverständnis geschieht. Erzwungene Muttermunduntersuchungen dann oft als Vergewaltigung empfunden. Die Betroffenen schweigen aus Angst und Scham, fürchten ein Stell-Dich-nicht-so-an wie bei MeToo. Die MeToo-Debatte ist eine Folge einer Frauenemanzipation, die wir seit 200 Jahren haben, wo Frauen für ihre Rechte gekämpft haben. Und die sind jetzt so weit anerkannt, dass Frauen auch über so ganz persönliche Dinge, wie sie sich von Männern behandelt fühlen, sprechen. Und das gilt jetzt auch für die Geburtssituation, dass Frauen gerade durch die Emanzipationsbewegung die Kraft und den Mut haben, das, was für sie schwierig ist oder auch verletzend ist in der Geburtssituation, wirklich zu benennen. Wir waren weit vor MeToo da, wir sind nur nicht gehört worden. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Gewalt eben nicht heißt, das sind empfindliche Lieschen. Und auf der einen Seite ist das Personal mit den ach so notwendigen Maßnahmen. Und die sind ganz bestürzt, weil die Frauen jetzt sagen, uns ist Gewalt angetan worden reihenweise. So ist das einfach nicht. Die Maßnahmen sind zum Teil nicht notwendig. Die Geburtshelfer wissen sehr genau, wie aufgeklärt werden muss in jedem anderen Fachbereich, wird aufgeklärt. Da kann auch dagegen vorgegangen werden rechtlich. Nur in der Geburtshilfe spielt es keine Rolle, solange einer vorbeikommt und sagt, naja, war doch für das Kind und das Kind war ja vielleicht schlecht. Die Diplom-Psychologin Ulrike Haufe arbeitet an neuen nationalen Gesundheitszielen. Im Rahmen des Arbeitskreises Frauengesundheit. Seit Jahren analysiert sie den Bereich der Geburtshilfe. Frauen würden in Abläufe gezwungen. Mutter und Kind zu Objekten degradiert, die nach Schema F funktionieren sollen. Der Wunsch der Frau nach Selbstbestimmung werde falsch verstanden. Der Begriff Selbstbestimmung war die Abkehr, die Abwendung, die Gegenwehr gegen Fremdbestimmung. Wenn die so gemeint ist, dann passt sie richtig in der Geburtshilfe. Wenn Frauen sich wehren, dass sie fremdbestimmt werden. Er ist leider missbräuchlich in der Zwischenzeit angewendet im Sinne eines Bauchladenprinzips. Selbstbestimmung ist, Frau, ich biete dir alles, was du hier haben kannst. Auch den Wunschkaiserschnitt, was auch immer du willst. Und du kannst in diesen Bauchladen wie ein Kaufhaus zugreifen. Und so wird im System Medizin Selbstbestimmung begriffen. Und diese Art von Diskussion darüber, den Begriff Selbstbestimmung, kann man kaum mit Fachleuten führen, weil sie ihn nicht mehr haben. Moin, hallo, wir sammeln Unterschriften wegen des Hebammenmangels. Haben Sie davon gehört? Mascha Grischat ist Aktivistin bei Motherhood e.V., einer bundesweiten Elterninitiative. Sie sammelt Unterschriften, um eine Petition in den Bundestag einzubringen. Ziel, eine Reform der Geburtshilfe. Auch Mascha Grischat beschreibt die Geburt ihrer Tochter als das schlimmste Erlebnis ihres Lebens. Seitdem kämpft sie für eine respektvolle Behandlung in den Geburtsstationen. Mir wurde geraten, vom Patientenvertreter doch Selbsthilfegruppen zu gründen. Ja, letztendlich haben wir das mit der Roses Revolution gemacht. Und wir haben jetzt allein bei Facebook 10.000 Likes. Das ist vielleicht in manchen Augen nicht viel, aber es sind Frauen dabei, die fürchterliche Traumata mit sich rumtragen. Aufgrund von vermeidbarer Verletzung. Roses Revolution. Einmal im Jahr legen Frauen wie Katrin Domke Rosen vor die Geburtsklinik, der sie Gewalt und Übergriffe vorwerfen. Eine Initiative, der sich seit ihrem Bestehen 2012 immer mehr Frauen anschließen. Katrin kämpft um die Kontrolle über ihren Körper. Sie fühlt sich benommen. Die Hebamme will wieder den Muttermund tasten. Ich hatte die Beine zusammengestellt, sie klappte sie auseinander, fing ohne Wehe an. Ich habe mich da schon entzogen und versucht, auch Nein zu sagen. Habe ich auch dann schon wieder gekonnt zu diesem Zeitpunkt. Sie brach dann ab, griff nach der Hand von Matthias, drückte mir die Beine auseinander, legte seine Hand auf die Innenseite von meinem linken Knie und drückte seine Hand mit meinem Bein nach unten, nach außen, mit den Worten, jetzt mal hier ordentlich festhalten. Die Hebamme fährt fort. Katrin Dumke beschreibt ein Gefühl des Herumfuhrwerdens in ihr. Der Partner wäre gezwungen worden, mitzumachen und hätte es nicht geschafft, seine Frau davor zu beschützen. Eine Szene, die Katrin Dumke als vergewaltigungsartig erlebt. Wenn gesagt wird auf meine Äußerung, dass ich mich vergewaltigt gefühlt habe, es täte derjenigen leid, dass die Frauen so empfinden würden, dann ist das für mich schon der nächste Schlag ins Gesicht. Weil wir empfinden das nicht, sondern eine Penetration, die handwerklich gegen den Willen ausgeführt wird, ist einer Vergewaltigung gleichzusetzen, egal in welchem Kontext. Oder zumindest Gewalt. Und das hat nichts mit Empfinden zu tun. Ich habe das nicht besser oder schlechter empfunden, sondern das ist eine Tatsache. Diese Muttermundsuntersuchungen sind solche Routineuntersuchungen, das gar nicht mehr hinterfragt wird, was tun wir den Frauen damit eigentlich an. Ich habe auch von vielen anderen Frauen gehört, die untersucht wurden, da war es gar nicht so schmerzhaft. Da waren die Hebammen einfach vorsichtiger. Aber es kommt viel zu oft vor, dass die Untersuchungen extrem schmerzhaft sind und es dann einfach so dargestellt wird, als sei das einfach so. Und es gehört mit dazu. Und wir machen das jetzt so. Du willst ja schließlich dein Kind bekommen. Wir konfrontieren auch die Geburtsklinik von Christine Eigenbrot mit den erhobenen Vorwürfen. U.a. mit der Anschuldigung, es habe herabwürdigende Kommentare der Hebamme und eine herablassende Kommunikation gegeben. Der Leiter der Klinik antwortet, ich kann mir ein solches Verhalten nicht vorstellen. Und auch die Hebammen weisen diese Vorwürfe zurück. Dieses von oben herab, wir machen jetzt mal dieses und jenes, kein Einverständnis einfordern, bevor man etwas tut. Dieses gesamte System, dass man jetzt entbunden wird, das klingt schon so passiv. Was spiele ich bei einer Entbindung für eine Rolle? Mehr den Fokus darauf, die Frau gebärt und wir helfen ihr dabei. Gewalt ist immer ein subjektiver Begriff. Und wir müssen ihn unterscheiden von dem als Rechtsbegriff. Und als subjektiver Begriff ist es, Frauen fühlen Gewalt. Und wenn sie es fühlen, ist es ihre Wahrheit. Und da muss man überhaupt nicht dran rumdeuten. Wenn sie also einen Akt an sich, also eine Tat, die sie nicht einschätzen können, die für sie eruptiv kommt, die für sie auch aggressiv vielleicht daherkommt, wenn sie die als solche wahrnehmen, es ist Gewalt, dann ist es so. Ich habe versucht, mit aller Macht die Beine zuzumachen. Ich habe mit Nein abgewehrt. Ich habe um mich geschlagen. Sie zog dann zurück, ließ mich würgend und nach Luft keuchend auf der Seite so halb liegen und sagte dann, wenn das hier so nicht geht, dann brauchen wir jetzt hier eine PDA. Periduralanästhesie. Eine Methode zur Schmerzausschaltung. Dafür wird über einen Katheter ein Medikament ins Rückenmark gespritzt. Und hat den Anästhesisten angerufen und ich habe diese PDA, die ich ja nie wollte, eigentlich gegen meinen Willen bekommen. Ich finde die PDA hervorragend, wenn eine Frau tatsächlich nicht mit der Situation zurechtkommt. Das sind viele Frauen. Ich finde sie schlecht, wenn sie gemacht wird, um Frauen quasi ruhig zu stellen. Also das Motto, dann melden sie sich häufiger oder wir haben keine Zeit für sie oder wie auch immer, dass man dann sagt, mach also doch eine PDA, dann kann die quasi vor sich hinschlafen, wie der Muttermut aufgeht. Die WHO postuliert, um Geringschätzung und Misshandlung zu erforschen, brauche es die Unterstützung der Regierungen und Belege über die Wirksamkeit von Interventionen. Laut Institut für Transparenz im Gesundheitswesen erhielt jede vierte Frau 2016 eine Rückenmarksnarkose. Bei jeder fünften wurde die Geburt medikamentös eingeleitet. Ebenfalls jede vierte bekam ein wehensteigerndes Mittel. Zu viel Intervention, sagen die Aktivistinnen Claudia Watzl und Denise Wilk. Gewalt gehöre zum Alltag in den Geburtsstationen. Die politisch Verantwortlichen müssten sich dem stellen, die Kliniken hätten die Pflicht, die Frauen aufzuklären. Auf politischer Ebene, finde ich, bräuchte es eine Anlaufstelle für die betroffenen Frauen. Also die, wo sie eben das rückmelden können. Und wo sich eben keine Klinik mehr darauf zurückziehen kann, zu sagen, aber wenn wir vor Entlassungen Zufriedenheitsfragebogen rausgeben, dann sind ja alle irgendwie zufrieden. Wir fragen nach, wollen wissen, wie man im Gesundheitsministerium denkt, über die von Verbänden zunehmend kritisierten Missstände in den Kreissälen, über die Qualität der geburtshilflichen Versorgung und den Hebammenmangel. Und bekommen eine Antwort. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn könne leider derzeit kein Interview geben. Zu unserer Anfrage erklärt man weiter, Die Finanzierung der Geburtshilfe erfolge durch Fallpauschalen, die kontinuierlich neu kalkuliert werden. Liebe Herr Minister Spahn, also wirklich, zu behaupten, dass die Fallpauschalen gut kalkuliert sind und weiterentwickelt werden, das stimmt überhaupt nicht. Es gab eine Kalkulationsänderung 2006. Also da werden die Bedingungen, das kann man sich so vorstellen wie Punkt- und Strichrechnung, kennt jeder von uns, da wurden die Bedingungen verändert in den Kalkulationsbedingungen und dann rauschte die Hebammenvergütung im Kreißsaal über 100 Euro ab. Und da kann mir keiner erzählen, dass das aus Versehen passiert ist. Ich habe einen Änderungsvorschlag gemacht und habe gesagt, nehmen wir das doch wieder zurück. Da wurde mir gesagt, nein, es hat gar keine Auswirkungen, aber wir nehmen es auch nicht wieder zurück. Man hat die Geburtshilfe wirklich manipuliert. Hier hat jemand regelrecht manipuliert. Das ist nicht aus Versehen passiert. Und es läuft seit Jahren ohne eine einzige Reform. Professor Abu Daken vom St. Josef Krankenhaus arbeitet derzeit gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften an einem neuen nationalen Gesundheitsziel. Neue Leitlinien müssen her, mehr Studien, mehr wissenschaftliche Evidenz. Ich habe das Gefühl, dass die Medizin sich an diesen Leitlinien orientierten Handeln schneller verändert. Und ich wäre sehr optimistisch und sehr hoffnungsvoll, dass man diese Punkte, die wir dort annoncieren, wo dementsprechend schneller bei den Frauen anbringen kann. Zumal ich ganz sicher bin, dass die Hebammen an vielen Punkten aufatmen werden und sagen, aber jetzt steht es in den Leitlinien. Und die werden schon dafür sorgen, dass in den Kliniken dann auch klar gemacht wird, nee, Entschuldigung, bitte so handeln wollt, aber nicht mehr. Wir möchten das und das machen. Das Tolle an dem nationalen Gesundheitsziel ist ja, dass es nicht nur ein Text ist, sondern das ist ein Pflichtenheft quasi. Also wo für alle Abläufe bei Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr des Kindes genau aufgezeichnet ist, welche Handlungsnotwendigkeiten haben wir und wer muss das tun. Kern der Leitlinien ist es, eine interventionsarme Geburt zu fördern, die WHO-Empfehlungen einzuhalten und in einen normal verlaufenden Geburtsprozess nur mit triftigem Grund einzugreifen. Für viele Frauen werden die neuen Leitlinien zu spät kommen. Ebenso für die Hebammen, die heute unter großem Zeitdruck arbeiten müssen. Eine dramatische Situation in der Geburtshilfe, mit weitreichenden Konsequenzen für alle Beteiligten. Als Katrin Domkes Baby da ist, hat sie kein Gefühl der Bindung zu ihm. Der Geburtsbericht hält fest, komplikationslose Spontangeburt eines männlichen Neugeborenen. Drei Mal pusten hilft bestimmt. Paul ist heute fast drei Jahre alt und gesund. Auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist intakt. Katrin sagt, dass der sehr intensive Kontakt später zu Hause sie beide gerettet hätte. Katrin Domke hat Strafanzeige gegen die Klinik gestellt. Anwälte rieten davon ab. Solche Prozesse hätten wenig Chancen. Doch sie will andere Frauen ermutigen und sieht das Recht auf ihrer Seite. Spätestens ab dem Moment des Vedentropfes hätte aufgeklärt werden müssen, was hat der für Nutzen, was macht er unter Umständen für Probleme. Und es ist ein Medikament, das kann das und das verursachen, sei es Herzrasen, sei es Hitzegefühl. Und ich hätte mich entscheiden können müssen. Und das nicht innerhalb von drei Sekunden. Allein die Aussage, dass in der Dokumentation vieles nicht hinterlegt ist, die möchte ich so auch nicht unkommentiert stehen lassen. Weil natürlich dokumentiert die Gegenseite ihre Sache. Aber wenn im Prinzip zwei Personen im mittleren Alters was anderes aussagen, dann muss das auch im Medizinrecht irgendwie abzubilden sein. Katrin Domkes Partner Matthias war bei der Geburt dabei. Der Polizist kann den Ablauf bezeugen. Trotzdem, so die Anwälte, die Chancen auf Erfolg vor Gericht seien mäßig. Ich habe mich entschieden, Strafanzeige zu stellen. Das habe ich jetzt auch gemacht, also auch mit allen Konsequenzen. Ich habe, glaube ich, mich gut informiert und wollte aber parallel auch einfach gucken, ob man zivilrechtlich was einklagen kann. Ich habe kein Urteil gefunden, in dem schon mal ein vergleichbarer Fall ausgeurteilt worden ist. Aber man könnte hier schon auch zivilrechtlich weiter vorgehen. Erst mal außergerichtlich, indem man einen Aufklärungsfehler gelten würde. Es ist so, sie haben nicht eingebilligt und dadurch können sie in ihrem Selbstbestimmungsrecht verletzt worden sein, das auch grundgesetzlich verankert ist. Der soziale Abstieg durch die Berufsunfähigkeit, das finanzielle Desaster durch Anwaltskosten, die Belastung für die Partnerschaft und kein Ende in Sicht. Die Folgen einer als Trauma erlebten Geburt. Wenn man rein schon statistisch die arzthaftungsrechtlichen Erfolgsaussichten sieht, sind die schon ohnehin nicht die höchsten. Wenn da noch Aufklärungsgeschichten dazukommen, ist die Chance des Patienten eigentlich noch mal etwas höher, weil eben die Ärzteseite in der Beweispflicht ist. Aber auch da, ich habe schon viele hundert Verfahren gemacht und was ich da schon vor Gericht gehört habe, da wird wirklich teilweise gelogen ohne Ende. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass sie dabei waren. Eine Zerreißprobe für die Beziehung zwischen Katrin und Matthias. Ein Kampf, der schwer zu gewinnen ist. Ich habe auch recherchiert dazu und habe mir da schon einiges auch zu durchgelesen und weiß auch, dass es noch keine Urteile gibt diesbezüglich. Und von daher bin ich aktuell, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und wir werden das probieren. Und ich werde das so nicht stehen lassen. Moderne Geburtsmedizin soll Leben retten, maximale Chancen bieten für Mutter und Kind. Doch wenn Würde und Selbstbestimmung keinen Platz mehr haben, wenn klinische Interventionen zur Routine werden und der Mann seine Frau davor nicht schützen kann, dann können Familien daran zerbrechen. Es hat uns als Beziehung, Gott sei Dank nicht als Eltern, aber als Beziehung eines Paares hat es uns kaputt gemacht. Also das kann man definitiv sagen, es hat uns einfach zerstört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017